Hallo, Video over IP ist heutzutage in aller Munde und aus dem Broadcast und AV-Bereich nicht mehr wegzudenken. Häufige Einsatzgebiete sind zum Beispiel Live-Events, Vorlesungen, Firmenkommunikation, Studioproduktion und vieles mehr. NDI-fähige Produkte spielen hier eine wichtige Rolle und erfreuen sich großer Beliebtheit. Einer der bekanntesten Player auf dem Markt ist die australische Marke BirdDoc, für die Numedia-V ab sofort die Distribution übernimmt. BirdDoc hat sich auf Hard- und Software mit NDI-Funktionalität spezialisiert und bietet hochwertige und dabei einfach zu bedienende Plug-and-Play-Lösungen für NDI-Workflows an. In diesem Video verschaffen wir uns einen kleinen Überblick über das Produktportfolio von BirdDoc und gehen dabei auf NDI, PTZ-Kameras, Converter, Software sowie die BirdDoc-Cloud ein. Alle BirdDoc-Produkte unterstützen Videoübertragung über ein lokales Netzwerk und sind dabei kompatibel mit NDI. Doch was ist NDI eigentlich und welche Vorteile hat es? NDI steht für Network Device Interface und ist ein von NewTec entwickeltes Übertragungsprotokoll von Video, Audio und Metadaten über IP-Verbindungen. Wichtig zu wissen ist eigentlich nur, dass es zwei unterschiedliche Arten von NDI gibt. Das ist einmal NDI und NDI-HX. NDI, das auch Full-NDI oder NDI High-Bandwidth genannt wird, hat eine Variable-Bitrate und eine hohe Bandbreite. Mit Intra-Frame-Encoding überträgt der NDI-Codec visuell verlustfreies Video. Das ist ein Standard, der Broadcast-Qualität mit geringer Latenz liefert. NDI-HX nutzt dagegen die Long-Gob-Videokompression H.264 oder H.265, wodurch eine niedrigere Bitrate möglich ist. Allerdings muss man dadurch mit einer höheren Latenz rechnen. Zusammenfassend ist es also wichtig zu wissen, dass NDI mehr Daten liefert als NDI-HX. BirdDoc setzt hier den Fokus ganz klar auf Full-NDI, um den Anwendern eine höhere Produktionsqualität zu ermöglichen. Aber da hört es bei BirdDoc noch lange nicht auf. NDI-HX gibt es inzwischen in der dritten Generation NDI-HX3 und dieser wird zusätzlich zu Full-NDI von einigen BirdDoc-Produkten unterstützt. Durch NDI-HX3 sind bessere Bildergebnisse möglich als mit vorherigen HX-Varianten, trotz einer relativ starken Videokompression. Für Remote-Produktion sind BirdDoc NDI-HX3-Produkte also die ideale Lösung, da hier weniger Bandbreite benötigt wird im Vergleich zu einem Full-NDI-Workflow. NDI macht es einem sehr einfach, Videosignale über ein Netzwerk zu routen. Historisch gesehen war Video over IP eher ein Thema für technikaffine IT-Profis. Dank NDI gehört das jetzt aber der Vergangenheit an. Wenn man ein BirdDoc-Produkt an ein lokales Netzwerk anschließt, wird es automatisch von anderen Geräten im Netzwerk erkannt. BirdDoc ermöglicht Plug-and-Play Video over IP Workflows und vereinfacht dadurch Produktion erheblich. Endlich muss man sich keine IP-Adressen mehr merken. Eine übliche Sorge, die bei Video over IP aufkommt, ist die Latenz der Videoübertragung. BirdDoc nutzt deshalb ihre selbstentwickelten Silizium NDI-Chips, die als dedizierte Encoder und Decoder die Latenz gering halten. Alle Produkte von BirdDoc sind PoE-fähig. PoE steht für Power over Ethernet, was bedeutet, dass die Stromzufuhr ebenfalls über das angeschlossene Ethernet-Kabel bereitgestellt wird. Es ist also nur ein Ethernet-Kabel nötig, um Video-, Audio- und Metadaten bidirektional zu übertragen und gleichzeitig die Geräte mit Strom zu versorgen. Video-Installationen sind somit schnell und vor allem kostengünstig umsetzbar. BirdDoc hat sich in einem Bereich positioniert, den man als Weed-Spot des Marktes bezeichnen könnte. Sie bieten preiswerte PTZ-Kameras an, ohne dass man dabei auf eine hochwertige Fertigung und gute Bildqualität verzichten muss. Bei der Herstellung von Einsteiger-PTZ-Kameras wird in der Regel der Fernsteuerung und Robotik Vorrang eingeräumt, was zulasten der Bildqualität geschieht. Das ist bei BirdDoc jedoch nicht so. Hochqualitative Backlit-Sony-Sensoren und Sony-Objektive sind in den Kameras verbaut und sorgen für hervorragende Bildqualität und weiche Zooms. Mithilfe der Control-Software von BirdDoc lassen sich alle Videosignale vom PC, Laptop oder auch von einem mobilen Endgerät umfangreich bearbeiten. In den Softwares oder Apps gibt es eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, um das Bild zu bearbeiten. Steuerung von Schwenks, Zooms, Belichtungseinstellungen, Farbgestaltung, das Speichern und Abrufen von Presets, Auto-Tracking und viele weitere Optionen ermöglichen eine individuelle Bearbeitung der Bilder. Außerdem gibt es die Möglichkeit, zwischen High-Quality und Proxy zu wählen, sodass man sich entweder für die höchste Bildqualität oder die Variante mit reduzierter Bandbreite für weniger Netzwerkauslastung entscheiden kann. Neben den Kameras und der Software sind die Converter von BirdDoc auch sehr interessant. Alle Converter sind Full-NDI-Encoder und Decoder. Diese sind nicht nur für Produktionen, die bereits NDI-Infrastruktur nutzen, relevant, sondern auch für alle NDI-Einsteiger, die bereits bestehendes HDMI- oder SDI-System in ein IP-Netzwerk einbinden möchten. Man kann als Beispiel den BirdDoc Mini-Converter nutzen, um HD-NDI-Streams aus dem Netzwerk über HDMI an eine Leinwand oder an einen Projektor auszugeben. Wer gerne mit höherer Auflösung produzieren möchte, muss keine Kompromisse eingehen, denn dafür gibt es die 4K-Converter-Familie. Mit BirdDocs-Convertern kann man UHD-Material mit bis zu 60 Frames pro Sekunde verarbeiten und alle Converter sind sehr kompakt gebaut und solide verarbeitet. Mit BirdDoc-Kameras und Convertern bekommt man auch ein Tele- und Kommunikationssystem, das über das Netzwerk läuft. Das ist natürlich ein großer Vorteil für alle, die Live-Multicam-Produktionen durchführen möchten. Wenn das NDI-Bild einer BirdDoc-Kamera oder eines Converters im Bildmischer auf Preview oder auf Live umgeschalten wird, dann signalisiert das Gerät mit einem grünen oder roten Licht die ausgewählte Teleinformation. Einfacher geht es nicht. BirdDoc-Coms ist die NDI-Intercom-Lösung, die eine einfache und effektive Kommunikation für NDI-Workflows ermöglicht. Die Software gibt es in zwei Versionen, einmal als Light-Version für Einsteiger und als Pro-Version für umfangreichere Produktionen. Mit den Video-Fenstern, die für alle NDI-Quellen verfügbar sind, hat ein Regisseur alle Kameras auf einmal im Blick. Mit Push-to-Talk kann man mit einem Knopfdruck einzelne Personen oder auch alle angelegten Gruppen ansprechen. Neben Software für Kamerasteuerung, Bildgestaltung und Intercom hat BirdDoc noch weitere sehr coole NDI-Software-Lösungen in der Hinterhand. Eine davon ist zum Beispiel der Fleet Manager. Der Fleet Manager ist hilfreich zum Verwalten, Kontrollieren und Aktualisieren von BirdDoc-Installationen. Jedes BirdDoc-Gerät wird automatisch im Fleet Manager angezeigt und bietet sofortigen Zugriff auf alle relevanten Geräteinformationen, wie zum Beispiel den Status, die IP-Adresse, Subnetz, Gerätename, Firmware-Version und vieles mehr. Für alle, die eine komplett ortsunabhängige Videoproduktion umsetzen möchten, hat BirdDoc ein passendes Tool parat, und zwar die BirdDoc Cloud. Die Cloud von BirdDoc ermöglicht vollständig verschlüsselte Verbindungen über das öffentliche Internet und Kontrolle über jede NDI-Produktion von überall auf der Welt. Egal ob Live- oder Postproduktion, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Mit BirdDoc Cloud ist es möglich, eine beliebige Anzahl von SDI- oder NDI-Videoquellen an jedem beliebigen Ort der Welt für eine Produktion verfügbar zu machen. Entfernte PTZ-Kameras sind über Software oder mit dem BirdDoc PTZ-Controller steuerbar. Auch Farben und Kameraeinstellungen lassen sich in Echtzeit mit BirdDoc CamControl ändern. Alles aus der Ferne und das mit äußerst geringer Latenz. Was die Postproduktion angeht, sind mit BirdDoc Cloud kollaborative Remote-Editing-Workflows für Adobe Premiere möglich. Videoeditoren können ihre Ansichten einfach auswählen, individuell anpassen und sogar auch teilen. Durch Nutzung der BirdDoc Cloud Apps wird es jedem möglich, in Echtzeit am Videoschnittgeschehen teilzunehmen. Sei es ein Produzent, der einen Beitrag zu einem Dreh leisten möchte oder vielleicht auch ein Regisseur, der einen Überblick über die gesamte Postproduktion haben will. BirdDoc Cloud ist gerade in der dritten Version verfügbar und weitere Software-Updates versprechen sinnvolle Erweiterungen. Soviel erstmal zu einem kurzen Überblick der BirdDoc Hard und Software. Wir haben festgestellt, dass die Produktionen, die mit Hilfe der NDI-Produkte von BirdDoc umsetzbar sind, sehr vielseitig sein können. Aber genau das macht die Marke ja auch aus. Wir sind sehr gespannt, welche NDI-Workflows unsere Kunden nutzen werden und freuen uns auf weitere Produkt-Releases und Updates von BirdDoc.